Ich bin Magdalena Bönisch, ich komme aus Wien und meine Aufgabe bei Happy Landing ist Ensemble und Cover Ashley. Ich habe mich an das beworben, weil ich mir gedacht habe, dass es einfach ein buntes, schillerndes Musical ist und nicht mal wieder so richtig drauf Bock hatte. Und ich erhoffe mir einfach eine schöne Zeit mit den Kollegen und Spaß auf der Bühne und das wird es auch sicher. Ich möchte auf jeden Fall noch nach Thailand, nach Japan, einfach weil mich die Kultur dort interessiert und fasziniert. New York möchte ich auch unbedingt noch mal sehen und ich habe auch sehr viele Orte, die ich sehen möchte. Bisher habe ich sehr viel in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland gespielt, in Südtirol, ich war vor kurzem auch in Riga, in Detzern. Ja, Moskau, Istanbul hatte ich auch mal einen Auftritt. Ja, es ist einfach ein richtig gutes Launestück und es macht einfach richtig Spaß auf der Bühne und als Zuschauer macht es auch sicher richtig Spaß das anzuschauen. Und die Nummern wetzen, die Kostüme sind toll und ja, es ist eine coole Show. Starten Sie durch in die Sixties. Happy Landing, das Musical. Wir wünschen Happy Landing. Erleben Sie die Musik von Jochen Frank Schmidt im neuen Feelgood Musical des Gloria Theaters. Happy Landing, das Musical. Die Liebeskomödie mit Charme, Humor und Leidenschaft. Ab Herbst 2017 nur im Gloria Theater. Ab Herbst 2017 Vielen Dank.